Auf Ihren Wunsch, Thema Beamtenbeleidigung und Duzen eines Polizisten. Mein Name ist Henning Hartmann, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Es erreichte mich die Frage, ist das Duzen eines Polizisten bereits eine Beamtenbeleidigung und was kann mir da passieren? Die Beleidigung ist geregelt in § 185 StGB und kann theoretisch mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden. Entscheidend ist immer, ob derjenige sich tatsächlich in seinem Ehrgefühl verletzt fühlt. Das Duzen eines Polizisten ist als eine Beleidigung schon angesehen worden von einzelnen Gerichten. Nach meiner Erfahrung werden jedoch diese Verfahren dann auch in der überwiegenden Anzahl der Fälle, würde ich sagen, schon eingestellt. Das bedeutet, dass eine Freiheitsstrafe bei so einem Lapsus, ich nenne es mal so, keinesfalls droht, schon gar nicht, wenn keine Vorstrafen bestehen. Kommentieren Sie gerne, abonnieren Sie gerne diesen Kanal. Unterhalb des Fensters steht hier für eine Kommentarspalte zur Verfügung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.o-z- pein.de www.o-z-pein.de 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 Vielen Dank.